Star Wars Battle 1 oder 2 spielen? Ich würd' lieber Star Wars Battle 2 spielen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich find... Zwei... EIGENLICH NEEEIN! NEIN! Das kommt vom Chatlesen! Ja, das kommt vom Chatlesen! Ich hab' aufm Chat geschaut! Ja, natürlich, ich hab' aufm Chat geschaut! Nix anderes! Ach, Mann! Verdamm, verdamm! Eine Ente angefahren! Hast du eine Ente angefahren? Was zur Hölle? Was erfahr' ich alles für dich? Mit solchen gefährlichen Leuten kann ich nicht... Was erzählen die hier denn alle? Dass du eine Ente angefahren hast. Dazu äußere ich mich jetzt mal nicht. Okay. Also, ich ess' ganz gern mal Ende so beim Chinesen oder so. Chinesen! Wer macht das denn nicht? Naja, Ende ist schon mal ganz lecker. So wie Tommys Kanal! Der Reiswaffel-Bursche. Wird geschrieben, ich hab's nur vorgelesen. Jajaja. Ist der Freund vom Karottenbursch! Ich hab doch die Stadt gegangen ab, wieso schießt der denn nicht? Ah! Was, ich soll sagen... Möge die Macht mit dir sein! Okay, hab ich gesagt. Ganz schön episch. Ganz schön episch, ja. Eine Runde episch muss manchmal auch sein. Wäre immer diese... Ah, ich schneide schon wieder einer rum. Oh Mann, ey. Chinesiker! Ja, ich weiß nicht, ich ärgere sie immer, wenn ich Chinesen sag. Nicht Chinesen oder Chinesen. Machst du das jetzt so aus Spaß oder hast du dir das mal angewöhnt gehabt vorher? Ach ja. Ich hab immer Chinesen gesagt. Ich werd's auch weiterhin so sagen. Ah, okay. Ich steh dazu. Nein! Oh Gott, war das knapp. Ich bin grad runtergefallen, aber zum Glück noch auf die Plattform drunter gelandet. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis, aber ich... Ich seh auch grad keinen. Oh, jetzt seh ich zu viele. Ja! Nein, ich hab den eben hier gesehen, aber ich hab gedacht, ich krieg den oben wenigstens noch. Ach, Mann. Ach, Mann. So, hier wieder alle als Angriffstruppler rein. Alles klar. Würde ich lieber Star Wars Battle von 1 oder 2 spielen. Ich würd lieber Star Wars Battle von 2 spielen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich find... Zwei... Eigentlich... Nein! Nein! Das kommt vom Chatlesen. Ja, das kommt vom Chatlesen. Das kommt... Ich hab aufm Chat gesch... Natürlich, ich hab aufm Chat geschaut. Nix anderes. Ach, Mann. Aber ich bin heute Morgen auch schon gegen die Tür gelaufen, oder so. Das war... Das ist auch eine sehr schöne Story gewesen. Im Wohlheim. Gerade so auf dem Weg zur Vorlesung. Das ist so eine schöne Glastür. Und da muss man natürlich den Hebel ganz runter machen, damit's hier aufgeht. Ich hab ihn nur so halb runter gemacht. Oh, oh. War nicht ganz so. Äh... Ich hab doch geheilt! Aber ich bin zum Glück noch... Ich bin nicht so schnell gelaufen, deswegen war's nicht so schnell. Die hinter mir gelaufen ist, hat mich jedenfalls herzlich ausgelacht. Und das schon am Morgen. Ziemlich gemein. Er freut ihn. Jeden. Mit seinen Videos, mit seinen echten Aktionen. Ja, eben. Ich bin ein Quell der Freude. Ein geborener Ententainer. Ja, ja. Entertainer und... Nein! Freundenschwender hört sich falsch an. Aber naja. Der Entertainer bist doch du. Oder der Lukas? Nee, nee, nee. Wegen den Enten meine ich. Ach egal. Achso. Oh mein Gott. Willkommen in meiner Welt. Nein! Wie viel kann man denn daneben schießen? Mann, 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 Mann. Wo ist denn der? Da oben! Nein! Nein! Nicht den Schl... Ich dachte, ich könnte doch zur Seite wegrennen oder so. Hat nicht geklappt. Kann ich mal meine Settings zeigen? Ich spiele auf PS4, da gibt es nicht so viele Settings zum zeigen. Oder was meinen die? Ja, genau der da hinten hat mich erwischt. Ich habe mich beschädigt. Das hat einen Schaden. Aber den hat er vorher schon gehabt. Leparatisten haben Sprengsätze bei Alpha scharf gemacht. Ähhh... Die haben Sprengsätze scharf gemacht. Okay, nächstes Mal machen sie sich vielleicht auf Ziege. So, wo geht's denn hier lang, Mensch? Da! Ja! Zum Tombi! Hinter dem Tombi her! Normalerweise sterbe ich dann immer. Wenn ich dem Tombi hinterherlaufe. Momentan ist das aber nicht der Fall. Momentan sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg hier. Wir müssen hier stoppen. Das heißt, hier sind irgendwo Gegner. Ja, ja. Aber die haben sie anscheinend alle schon besiegt hier. Bis wir da hinkommen, ist die ganze Party schon wieder vorbei. Noch 7 Kills und wir haben schon wieder gewonnen. Ja, Wahnsinn! Das Problem ist, wenn man hier irgendwo steht, dann werfen die ganze Zeit Granaten rein, natürlich. Ich versuche mal außen rum zu laufen. Da kann ich dann noch einen absneaken! Nein! Sechs Lebensenergie! Ich habe ihn... Ah, ich habe ihn 94 mit dem Shotgunschuss abgezogen. Bisschen höher! Bisschen höher! Schade, schade. Ahhhh! 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 Haben wir das Ding wieder angemacht hier. So, 3 noch. Das wird ja wohl ein klarer Sieg hier. Das denke ich ja wohl auch. So, ich muss aufpassen, dass ich da wieder an der Seite irgendwo runterfalle. Hab gelernt, das ist ungesund. So, hier ist auch schon wieder... Wir sind wieder am verteidigen. Sie sind in der Verlängerung und die läuft noch ganz kurz, aber gleich ist es vorbei. Familie rennt auch nochmal raus. Ja, aber hier ist gar keiner. Ich sehe keinen. Nö, müssen wir auch nicht. Wir haben die Runde ja auch schon gewonnen. Wunderbar, wunderbar. So. Sieben... Sechs... Fünf... Vier... Drei... Zwei... Eins... Los geht's! In eine weitere Runde! Star Wars Battlefront mit dem Tombi! Ja! Ja! Da! Weiter so, Tombi! Er kann ja, wenn er will. Nee! 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 Wie er das kann, der will bloß nicht! Ich mach da andere Stimmen, glaube ich. Nein, ich mach jetzt keine Stimmen. Boah, also jetzt ist also, wenn du sowas schon ankündigst hier... Nee, nee, nee! Nee, 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 nee! Komm mir nicht so! Komm mir nicht so! Ich will jetzt hier Tombi Stimme hören! Die hörst du doch sowieso schon immer! Mehr! Noch mehr! Mehr! Tombi spezielle Stimmen will ich jetzt hören! Gibt's die erst ab 23 Uhr oder was? Für ganz besondere Leute ab 23 Uhr, genau! Der Privat-Stream! Schon klar! Ach, manno! Da wird so nix überreden den Tombi hier! Oh, die halten die ja gut fest eigentlich! Du könntest sie noch besser festhalten, wenn du mit einer anderen Stimme reden wolltest! Jetzt hab ich ja was losgetreten hier! Ja, bei so ner Vorlage! Oh, da hat's ja grad einen erwischt! Du hast das da vorne, dich seh ich sogar! Da bist du nämlich! Nein! Null ihn ab! Nein! Schade! Ich hab's bei mir schädigen gelassen! Musste reichen, musste reichen! Ach, manno! Ach, manno! Manno! Ich sehe ja schon wieder gar keinen! Da läuft einer! Mist, das ist immer vorbei! Ja! So, den Starfighter-Mobile werden wir auch noch spielen heute! Keine Sorge! Aber als nächstes gibt's erstmal Helden würde schocken! In ein paar Runden! Irgendwie kam es mir jetzt extrem schnell vor! Ja! Ist immer das Problem! Wenn man Spaß hat, dann vergeht die Zeit einfach zu schnell! Ach, diese Lobeshymnen hier! Ich weiß nicht, ob das jetzt mit mir zusammenhängt! Das hängt nur an dir! Oh! Ombi kann Chui richtig gut! Ach, Quatsch, Tobias! So, mach dich ja Shotgun weg! Die ist gerade nicht die angebrachte Waffe! Nein, das andere Draufgang, auf die ich geschossen hatte! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nicht gut! Nein! Drachenkönig! Der ist doch letztes Mal schon dazu geschafft! Wie schafft er das immer mit uns zu spielen? Ich hab keine Ahnung! Ich hab ihn nicht in der Freundschaftsliste wohl gemerkt! Ich ende fast jedes Mal die Beschreibung lang, das Typ geht echt! Vielleicht suchen die dann echt immer wieder den Modus oder so! Das kann natürlich sein! Bin immer wieder aufs Neue! Änder ich echt immer die Beschreibung? Keine Ahnung! Eigentlich sollte da bis 23 Uhr stehen in der Beschreibung! Ich kann aber gleich mal gucken, ob da wirklich noch bis 23 Uhr steht! Oder ob ich da schon wieder irgendwas verändert habe auf heimglückische Weise! Oh! Luftdroppler verfügbar! Sag mal, ich hab noch kein einziges Mal! Ich hab immer genügend Punkte! Ah ne, ok! Mir fehlen einen neuen Fett! Steht ja hier! 24 Stunden Stream! Ja, ja, ja! Mit dir! Mit dir! Ja! Ne, ne, ne! Tommi hört aber dann nach 3 Stunden auf! Danach alleine! Ne, ne! Stimmt, stimmt! Du bist 23 Uhr! Ich hab auch grad eben nochmal abgestattet! Ne, ne! Tommi! Für jeden Like eine Stunde mehr! Steht ja alles da drin! Eieiei! Klar! Jedes Abo bringt eine Minute mehr! Nein! Nein! Das wär lang! Du hast doch nichts vor an Ostern, hast du gemeint! Was? Hast doch nichts vor an Ostern! Ne, ich hab nichts vor! Die nächsten Tage habe ich Zeit! Du kannst komplett durchs Spielen! Muss leider so was machen, was ich Lernen nennt! Ah! Ich schaff's immer gegen die... Jetzt hab ich genügend Punkte und kann mir wieder keinen Wookie holen! Das ist doch doof, man! Immer die maximale Spieleanzahl! Vorhin auch schon die ganze Zeit! Könnte ich auch nicht einen Todesdruppler nehmen, weil die ganze Zeit die maximale Spieleanzahl im Spiel war! Ah! Ah! Immer diese Wookies! Ach so, bis 23 Uhr oder bis 23 Uhr oder länger! Hab ich das wieder geändert! Ne, ich hab's nicht geändert! Ich hab bloß die Beschreibung, weil ich letztes Mal auf Fortnite als Steam hatte ich eine andere Beschreibung! Deswegen hatte ich die alte Beschreibung von Battlefront einfach nur wieder aus Fault halt wieder hier reinkopiert! Und da stand noch was anderes drin! Ja, deswegen hättet ihr euch gar nicht bewusst geändert! So, wenn's wieder Shotgun... Nein! Sieben nimm's Energie! Ah! Ja, jetzt darf ich nochmal Wookie nehmen! Wenn wir eine Verlängerung sind, warte! Ich komm rein und dann ist das Verlängerung vorbei! Das kenn ich schon! Wahrscheinlich, ja! Mann! Mann, 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 Mann! Man kennt's ja! So, jetzt bin ich mit dem Wookie drin und mal schauen, ob ich's schaffe! Einmal auch was mit ihm zu machen! Verlängerung läuft! Verlängerung ist vorbei! Verlängerung ist gleich vorbei! Vielleicht hab ich nochmal einen Gegner zu sehen mit dem Wookie! Nein, nein, nein! Verlängerung läuft! Ach, Mann, ey! Das ist doch... Hat nicht gereicht! Ach, Mann, oh! Beim nächsten Mal denn den Wookie vielleicht! Hilf zu... Ach, komm! Kack-Runde! Ganz, ganz kack... Selbst Tommy war nicht erster, das war echt ne Kack-Runde! So! So ist es! Ne, der Spezialist, der wär da auch nicht besser gewesen! Ne, ich nehm jetzt einfach wieder den... den guten alten, äh... Offizier-Typen... Spezialisten! Genau! Dann wird er schon, dann wird er schon! Starten wir als Offizier und als Schwerer... hier... auf... Ja, wir werden das doch gerade ein bisschen gebackt, gell? Ja! Irgendwie schon! Lauft, ihr Spieler, lauft nach vorne! Dann gibt mir 25 Punkte! Flieht, ihr Narren! Oder so! Die sollen nicht fliehen, die sollen ja hier... Verteidigen! Lauft, ihr Narren! Wenn sie fliehen, dann machen sie was falsch! Dann läuft was grob falsch, wenn die hier fliehen würden! So, wir stellen uns mal hier unser Geschütz wunderbar hin und hoffen, dass da irgendeiner doof genug ist reinzulaufen! Man weiß ja nie... Was sind denn die Gegner? Ich sehe absolut gar keinen! Wo laufen die denn lang? Irgendjemand kommt bestimmt gleich von der Seite hier reingelaufen, weil er denkt, dass es... Oh, ich kann schon wieder hier Leute verbessern! Weil er hier denkt, das wäre natürlich die Möglichkeit, um sich hier durchzuschleichen! Ah, die kommen ja von der Asel! Die kommen ja durch den Eingang durch! Wieso? Oh, hier ist grad etwas mehr in die Luft gegangen! Wollen wir jetzt mal inspirieren finden! Zum Beispiel ein Tommy da vorne, aber der ist schon wieder so weit weg hier! Ja, ich stehe ein Stückchen weiter! Oh, 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 hier geht's Uwe zu! Aber die inspirierende Gegenwart, die tut's auch! Die inspirierende Gegenwart, die tut's immer! Die bringt 225 Punkte und mein Geschütz haben sie leider mir schon wieder genommen! Sie nahmen mir mein Geschütz, doch meine Ehre können sie mir nicht nehmen! Der Feint! Von wo? Nein! Ja, gute Frage! Verteidigen! Achso, das haben sie einen Meter weit geschleppt! Das war nicht so... Einer durchgerannt, hat sich die Punkte gekrallt und ist dann gleich drauf gegangen! So, wo sind die Gegners? Au, 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 au! Ich komme wieder nach vorne! Aber jetzt spawnen wir weiter hinten, glaube ich! Oder war das normal? Ich weiß nicht! Ich weiß auch nicht! Ich weiß nur, dass mich hier gerade einer in die Seite geschossen hat und jetzt verschwunden ist! Hm, wo ist der hin? Hm! Wir haben sie einfach zwei Geschütze mittlerweile aufgestellt! Wow! Wow, wow, wow! Oh, jetzt überrennen sie uns aber! Jetzt sind da richtig viele oben! Jetzt wird's unangenehm! Jetzt kommen da richtig viele! Nicht gut, nicht gut! Da sind ganz viele da oben! Nicht gut, Tommy, nicht gut! Ach, ich bin auch gestorben! Oh nein! Der Drachenkönig wieder! Der Drachenkönig schon wieder, der Schlawiner! Der alte Schlawiner, ja! Das geht doch nicht! Ich bin aber ganz... Ich bin auch komplett auf der anderen... Da, wo sie es hinbringen müssen, da bin ich gerade gespawnt! Na, ich glaube, man spawnt dann echt weit weg, wenn sie es erst mal aufgehoben haben! Ah, wie nervig! Vielleicht lohnt sich das sogar! Einfach mal durchzurennen und das Ding aufzuheben! Ja, klar! Stimmt! Ja, das bringt einiges natürlich! Na jetzt! Aber die haben auch nur noch 10! Gott sei Dank! Ich glaube, jetzt schaffen sie es noch nicht! Diesmal! Da kommt doch einer! Mein Geschütz! Rette mich! Das ist mein Geschütz! Das ist mein Geschütz! Das ist gebracht! Das muss erst mal reichen hier! So, du brauchst die Unterstützung hier! Und das heißt, sie werden hinterhältig! Oh, sie werden hinterhältig! Oh ja, sie werden auf jeden Fall hinterhältig! Ah! Sie kommen nicht von hinten! Der schießt mich von hinten! Frechheit! Wir haben das Paket gestohlen! Wir haben das Paket! Aber sie haben noch 6 Leute! Da wird ihnen das Paket auch nicht viel helfen! Ach, Mist! Das war ja gar nicht gut! So! Wir werden daran hindern! Sag mal! Eine miserable Runde nach der nächsten! Ich muss mal wieder hier mehr Leute inspirieren! Ich bin nicht inspiriert genug! Ja, aber auch! Oh, da geht schon wieder ab da drin! Null! Wir gehen in die Verlängerung! Das war hoffentlich nichts von uns! Ja, er war hoffentlich von uns! Die Granate! Ja, die war von uns! Nee, hier kam gerade in der Granate geflogen! Ich hätte schon eine Schlipfel befürchtet! Aber die war zum Glück von uns! Okay, die kommen von der anderen Seite! Glaub ich alle! Ah, nein! Die kommen von der! Nein! Die kommen schon wieder! Ach komm, das ist doch nicht fair! Ach, komm! Werd von hinten angeschossen! Werd von vorne angeschossen! Werd schon von mir über! Ah, wir haben es eh geschafft! Oder? Ja! Gut, gut! Dann starte ich halt als Offizier wieder in 15 Sekunden! Zur Rückrunde dann! Zur Rückrunde! Das wird schon klappen! Ich hoffe es! Ich hoffe es! Schauen wir nach! Der Drachenkönig ist bei denen aber hier der Erste! Der scheint echt gut zu sein! Naja! Sollen wir bei uns ins Team hier holen! Ich glaube auch! Obwohl unser Team eigentlich schon recht gut ist anscheinend! Zumindest gewinnen wir ja häufig! Ja! Da hilft dann auch der Drachenkönig! Nix! Warte mal! Von wo kommen die immer! Die kommen von der Seite! Da irgendwo! Da! Die kommen immer durch! Ja genau! Da wo der jetzt kommt! Da kommen die immer durch! Kenn ich schon! Die stellen sich nämlich! Hier! Hier kommen sie nämlich immer durch! Das Geschütz da steht! Das ist glaube ich gar nicht so schlecht! So! Ihr braucht Inspiration! Jetzt mach ich mal wieder ein bisschen inspirieren! Und dann wird das auch wieder mit den Punkten was! Keine Sorge! Keine Sorge! Alles wird gut! Alles wird gut! Alles wird gut! Tommi bist du schon wild? Ich bin immer wild! Nee eigentlich nicht! Aber naja! Du musst wilder sein Mensch! Ja ich brauche Inspiration! Noch wilder! Bist du denn überhaupt? Bin leider tot gerade! Dann kann ich dir ja schlecht inspirieren! Ja aber als Zooter kann man auch schlecht wild sein! Müsst ihr haben wir gerade das Ding mir geholt! Jetzt bauen wir ja gleich wieder auf der anderen Seite! Nicht cool! Nicht cool! Aber gerade eher sind wir wieder ein bisschen ruhiger geworden hier! Da kommt der Tommi! Da vorne mit dabei! Ja! Ich glaube noch ein bisschen weiter nach vorne um hier ein bisschen mehr Leute zu inspirieren! Ja! Der inspirierte Tommi schon wieder am Start! Oh! Hinter mir! Da! Ja! Da kommt noch einer! Der erklärt unser Datenpad! Nicht mit uns! Oh nein! Ein Wookie! Ein uncooler Wookie! Den ich auch mit immerhin noch assistiere! Immerhin ja! Immerhin! Immerhin! Zumindest den erst! Da kommen richtig richtig viele da vorne! Reingestürmt! Die holen sich das Ding jetzt auf jeden Fall! Da kann man nur versuchen noch an Deckung zu gehen! Aber was anderes fällt mir jetzt auch nicht mehr ein zu! Aber ihr haltet da vorne gut die Lage! Ich habe mich gerade selber geblendet und bin deswegen gestorben weil ich nichts gesehen habe! Das passiert dem besten! Das passiert dem besten! Ja! Jetzt ab sofort Todesdruppler! Jetzt ist es soweit! Probier es mal damit! Jetzt ist es soweit! Dann mal schauen! Ob es mit dem was wird! Vielleicht! Das ist der Ende der Ecke! Hm! Naja! Ah! Ich bin immerhin vorm Tommi! Ich bin vorm Tommi! Noch! Noch! Da! Vielleicht hältst du es ja! Könnte gut sein! Vielleicht auch nicht! Ich werde hier irgendwie immer nur von hinten abgeknallt direkt! Irgendwo wenn ich reinlaufe! Alter! Das gibt es nicht! Selbst mit dem sterbe ich sofort! Alter! Gleich nochmal nehmen! Nein! Nicht den! Nee Todesdruppler! Ach! Mann-oh-mann-oh-mann-oh-mann-oh-mann-oh-mann-oh-mann-oh-mann-oh-mann-oh! Da will sich jemand an mir rächen weil ich sein Buch getötet hab! Okay. Das tut mir leid! Und um nache! Und um nache! Und um nache! Und um nache! Dabei hab ich doch jetzt so ein schönes Bett vorlieger! Oh! Wo sind denn die? 13 sind sie noch! 13 Ganoven! Die schaffen wir ja wohl auch noch! So, Evakuierungspunkt. Da haben sie noch einen weiten Weg vor sich, wenn sie hier hinkommen wollen. Das denke ich aber auch. Dass der Todesdruppler von so draufgegangen ist, das gibt es doch nicht so schnell. Ich bin nicht der Tod mit dem Todesdruppler, sondern ich bin tot mit dem Todesdruppler. Alter, ich komme... Der Lebensendelcki weckt hier. Ja, genau, Todesdruppler. Hast du recht, schon ein bisschen. Um ein bisschen Buki gewesen, aber ich schreit mal ein bisschen. Machen wir den Buki mal weg da oben. Jetzt sehe ich ihn leider nicht mehr. Hat er sich gerade grandios von mir versteckt. Die kommen da alle, aber ich sehe nichts. Blödes Gestrüpp. Da ist ein Geschütz. Todesdruppler ist doch auf halbnahe Entfernung gut. Ein bisschen weitere Entfernung ist ja auch gar nicht so gut. Nee, das stimmt. Auf halbnah ist er ganz praktisch. Da kann er was. Aber wenn er ein bisschen weiter weg muss, dann kann es sein, dass er auch schwächer gemacht wurde. Das kann sein, ja. Meiner hat früher mehr ausgehalten. Früher war der nämlich eine ziemliche Kampfmaschine, so wie der Wuki. Aber da kann ich mich natürlich auch auch täuschen. Er schimpft gerade jedenfalls. Ja, der Wuki will mich. So, das soll er dich nicht kriegen. Ich versuche auch gerade hier den Wuki umzuhauen. Oh, oh. Ich war in Deckung, Mensch. Alter, ich bin jedes Mal in Deckung. Es bringt nichts. Ach, ich kenne es. Katastrophale Runde. Katastrophale Runde. Eine nach der anderen hier. Ah, das ist schon wieder dieser Wuki. Der steht hier auch nur rum. Man mag gar keine Chance gegen. Genau, wir brauchen schon den Terminator. Ach nee, das war der Imperator, den du gerade geschrieben hattest. Wenn man den Inspirator hat. Der Inspirator. Der Inspirator ist jetzt auch wieder am Start. Mit dem Inspirator wird das jetzt auch wieder was. Oh, jetzt liefern sie es ab, oder was? Da wird nichts geliefert. Da wird nichts geliefert. Wo muss man denn hier lang? Sollen sie kommen? Au, au. Von wo? Von wo denn immer? Na gut, wir haben den Mann gewonnen. Ja, Tommy hat es natürlich in letzter Sekunde noch mit 100 Punkten vor mich geschafft. Na klar. Na klar. Nicht mal 100 Punkte. Immer das Gleiche. 35 Punkte. Verein, einmal mit dem Offizier die Taste drücken wahrscheinlich. Oh Mann. Machen wir noch eine Runde hier. In dem Modus. Na klar, kann man ja mal. Dann wechseln wir auf Heldenbergschock. Oh, Tommy nicht in der Top 5. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Nun hast du vier Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren. Und rechts unten siehst du den Kanal von meinen Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.